Ein Volkswagen Touran ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 123.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 140 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Die Ehe-Wilfen Die Ehe-Wilfen Die Ehe-Wilfen